Okay, dann müssen wir jetzt durch. Ich war im aktuellen Terminator. Das ist der sechste, glaube ich. Naja, ich habe jetzt das Video so im Kopf mit dem Arbeitstitel versehen, das Ende einer Ära. Ich schaue mal, dass ich das hier off the cuff, wie man so schön sagt, das einfach jetzt hier so runtergelabert kriege. Spoilerfrei, es war furchtbar. Es war auf mehreren Ebenen furchtbar. Ich bin der Meinung, und das werde ich jetzt ein bisschen erklären, ach anhand der alten Teil, dass das jetzt der Niedergang eigentlich der ganzen Geschichte ist, dass James Cameron selber an dem Teil beteiligt ist. Das schmeißt die Sache noch in eine ganz andere Kategorie von Katastrophen. Naja, rücken wir die Brille zurecht und fangen mal an. Also erstens einmal, die ersten zehn Minuten, ich sage jetzt noch nichts, wir kommen nachher in den Spoiler-Teil. Ui, und das CGI. Also, ich war nicht allein. Und wir waren uns einig, am Anfang, das wirkt komisch. Und es wird nicht besser. Es gibt so ein paar Szenen mit Flugzeug und so weiter. Also, sagen wir es mal so. Tom Cruise hätte das selber gemacht und es hätte geil ausgesehen. Hier sieht es aus. Linda Hamilton's Synchronstimme kam uns auch etwas komisch vor. Mir fehlt jetzt aber die aktuelle Referenz. Ich müsste nochmal gucken. Ist nicht wirklich das Problem. Es macht die Sache auch nicht besser. Die Lady ist auch schon ein bisschen älter. Ich finde, man nimmt sie einigermaßen ab. Ich finde, sie kommt gut rüber. Und das war es dann auch schon. Weil viel mehr ist da nicht. Die Handlung ist, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, ein Desaster. Von der Logik her, ach, Zeitreisen, Logik. Scheiß drauf. Aber sie haben es mal wieder geschafft, dass sie nach fünf Minuten eigentlich nicht wirklich interessiert, was passiert. Und das ist eine Kunst. Und es war nicht spannend. Warum es nicht spannend war, erkläre ich euch dann im Teil, wo es dann um die Spoiler geht. Okay, jetzt könnt ihr euch gehen, weil das war meine Meinung. Ich fand es den schlimmsten Teil der Saga. Ui. Und ich habe alle gesehen. Ich kann mich nicht mehr in allem Detail erinnern, aber egal. Und jetzt rekapituliere ich mal. Was ist eigentlich an der Terminator-Saga das Besondere oder war das Besondere? Was hat mich da ganz bei der Sache immer so bewegt? Und warum bin ich jetzt so unglaublich enttäuscht? Den Terminator 1, den habe ich nicht im Kino gesehen. Der kam 1984 raus. Das war eigentlich ein Meisterwerk von James Cameron. Er hat mit 6,4 Millionen einen Film geschaffen, der so ungefähr 78 Millionen eingespielt hat. Ursprünglich sollte O.J. Simpson die Folge des Terminator machen. Aber er hat sie nicht gekriegt, weil er zu lieb war. Naja, Schwarzenegger sollte eigentlich auch eher den Guten spielen. Aber sie haben sich dann noch darauf geeinigt, dass er wohl in der anderen Rolle deutlich besser rüber käme. Er hat in seinem vorherigen Teil Conan, also im vorigen Film Conan der Zerstörer, hatte er 24 Zeilen Text. Cameron war aber so begeistert von Schwarzenegger, dass er auf ihn auch gerne mal wartet, wenn er mit einem Film anfangen möchte. Lassen wir jetzt mal zu viele Details weg. Jedenfalls in diesem Film, also im Terminator 1, hatte Schwarzenegger dann nur noch 14 Zeilen Text. Das wird eigentlich bloß noch Vin Diesel mit Ich bin Groot getoppt. Ursprünglich sollte die Story von Terminator anders aussehen. Es sollte zwei Terminator geben, einen festen und einen liquiden, einen flüssigen. Aber das war alles erstmal technisch nicht möglich und dann auch zu kompliziert. Man wollte es den Zuschauern auch nicht zumuten. Und er kommt drauf. Cameron hat es dann geschoben auf T2 und er hat vor in The Abyss geübt. Und The Abyss ist ein hochinteressanter Film, also nicht bloß tricktechnisch, dafür hat er, glaube ich, den Oscar gekriegt, da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Er ist auch, wenn er mal ein Making-of findet, von dem unheimlich interessant. Die haben echt Blut und Wasser geschwitzt und das mit dem Wasser, das ist sehr wörtlich zu nehmen. The Abyss war also der Toröffner für Terminator 2 Judgment Day. Der kam 1991 raus, hat 102 Millionen gekostet und etwa 500 Millionen eingebracht. Das sind so die IMDb-Zahlen. Ich muss dazu sagen, man rechnet eigentlich normalerweise die Zahlen nach, ich weiß nicht, zwei Wochen oder sowas. Und dann schaut man, ob sich der Film rentiert hat. Das ist jetzt weltweite Einspielergebnisse. Er hat wohl vier Oscars gekriegt. Und da waren so ein paar Sachen drin. Sie haben mit Zwillingen viel gearbeitet, weil ja der andere Terminator, der böse Terminator, der macht ja immer Kopien davon. Es wurde auch Linda Hamiltons Zwillingsschwester verwendet und auch einige von den Wachen. Bei den Wachen gibt es auch eine Szene von der Anstalt, in der sie da eingesperrt ist. Da wurden auch Zwillinge verwendet, um die ganze Sache geschickt zu machen. Schwarzenegger hat hier 700 Worte. Komm mit mir, wenn du überleben möchtest. Und Terminator 2 ist mir in Erinnerung geblieben. Habe ich damals im Kino gesehen. Ich weiß noch, wie mir eine Gänsehaut dann den Rücken runtergelaufen ist, wenn dieser Sound anfängt. Also dieser Score, dieser typische T2. Und am Ende. Und das ist einer der Filme, wo mich wirklich das Ende so beeindruckt hat. Also der Text aus dem Off, dass mir dann nochmal eine Gänsehaut den Rücken runtergelaufen ist. Und ich habe es jetzt nochmal aus Wikipedia rausgenommen. Ihr wisst ja, denke ich, um was es geht. Sie müssen halt Cyberdyne dieses ganze Gelumpse da vernichten, was da übrig geblieben ist, damit in der Zukunft eben nicht wieder Terminator gebaut werden können. Die unbekannte Zukunft rollt auf uns zu. Und zum ersten Mal sehe ich ihr mit einem Gefühl der Hoffnung entgegen. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert des Lebens schätzen lernen kann, dann können wir es vielleicht auch. Das ist wow. Das ist ein Satz, den kann man auch im Alltag jetzt nicht unbedingt verwenden, aber in verschiedenen Variationen ist das ein guter Satz. Dann habe ich Terminator 3 gesehen. Da habe ich jetzt kein Datum dazu geschrieben. Er hat 200 Millionen gekostet, 400 Blabla gebracht, wird als Flop gehandelt. Kristana Locken als Terminator X bleibt ja in Erinnerung. Da spult man schon die Worte zusammen. Ich fand ihn eigentlich witzig, weil er hat für mich mit Selbstironie angefangen. Wobei er, wir kommen jetzt in den Spoiler-Teil, gell? Also ich erzähle euch jetzt auch nachher von dem, den ich gerade gesehen habe, alles. Er endet halt so, dass der Atomkrieg eigentlich nicht aufzuhalten ist. Und das zieht einer ein bisschen runter. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Film nicht so richtig super ankam, denke ich mal. Weil sonst ist geile Action, schön gemacht und witzig. Terminator, die Erlösung, den, da weiß ich schon gar nichts mehr. Ich habe den gesehen und fand nur so, mäh. Terminator Genesis hat 155 Millionen gekostet, 440 Millionen gebracht. Und den mochte ich. Ich mochte ihn, weil er so selbstironisch war. Und weil er so alles dreht. Sie sagt zu ihm, komm mit mir, wenn du leben willst. Und ich habe gewühlt, weil ich wusste, ich habe doch damals auf meinem Blog was geschrieben drüber. Und jetzt zitiere ich mich selber, weil ich kann es kaum besser formulieren. Meinung. Denn der Film mischt nur das Beste der besten Vorgänger zusammen und wiederholt mit einem schelmischen Grinsen bekannte Szenen der alten Teile. Er wirft auch leger die gesamte bisher bekannt geglaubte Geschichte über den Haufen. Da darf Sarah auch einmal Anis T2-Satz klauen und ihrem Retter ein forderndes komm mit mir, wenn du leben willst, zurufen ganz großes Action-Kino. Aber es funktioniert. Die Selbstironie hält das temporale Geflecht zusammen. Dieser Film würde ohne Ani niemals funktionieren. Grandios arbeitet sein trockenhumorig-spartanischer Gesprächsstil gegen die Plapperei der Protagonisten. Großartige Action-Sequenzen runden die immer mehr sich verwirrende Handlung gelungen ab. Insider-Tipp. Versucht erst gar nicht vierdimensional mitzudenken. Es hat keinen Sinn. Und die Logik sollten wir lieber gleich vollkommen über Bord werfen. Ups. Sitzen bleiben am Ende, solange der Abspann in 3D läuft. Das war meine Rezension von Terminator Genisys. Ihr seht, ich mochte ihn. Und wenn ihr das nehmt, was ich da geschrieben habe und alles umdreht, dann trifft es auf diesen Terminator zu. Er ist nicht ironisch. Ani macht ein paar Sprüche, die man für witzig halten kann. Dass seine Lebensgefährtin, die nicht merkt, dass er irgendwie so 200 Kilo wiegt und ein Roboter ist, dass sie ihn mag wegen seinem Humor. Wahnsinniger Witz. Aber ganz am Anfang. Und jetzt kommen wir in den harten Spoiler-Bereich. Okay, John wird umgebracht. Von irgendeinem Ani-Derivat, der nachher seine Taten bereut, weil er ein Infiltrator ist. Und später dann den Mädels hilft, die ganzen Terminator, die in der Zeit hin- und herreisen, zu finden. Über SMS, weil er irgendwelche Zeitverwerfungen feststellt. What? Es muss nicht wirklich super logisch sein. Aber der Film hat mich schon an der Stelle verloren. Das ging vielen so, als aus heiterem Himmel in den ersten paar Sekunden John umgebracht wird. Und dann so, warum haben wir uns hier überhaupt versammelt? Und dann etwas viel später sagt dann Linda Hamilton, die ich eigentlich in dieser Rolle mag, so, wie hast du jetzt die andere Tante, die sie da retten? Ich habe wieder vergessen. Sinngemäß, das läuft jetzt bei dir genauso, wie es bei mir gelaufen ist. Und damit ist die ganze Sache schon deutlich beschrieben. Es ist alles irgendwie sinnlos. Es wird sich alles wiederholen. Skynet heißt jetzt Legion. Raider heißt jetzt Twix und sonst ändert sich nichts. Doch, es ändert sich schon was, weil der neue Terminator, der ist total badass. Der kann sich aufteilen in zwei und rennt den Leuten dann in mehreren Dimensionen nach. Also, die Peinlichkeiten sind unübertreffbar. Die CGI-Problematik, in der Flugzeugszene, wo die auf der Laderampe stehen, da geht ein bisschen der Wind. Boah, habt ihr mal Tom Cruise in dem, welcher Mission Impossible ist denn das? Das ist nicht Fallout oder eins davor, wo er an dem Flugzeug hängt. Und das sieht echt aus, weil es echt ist. Und das hier sieht so unecht aus, weil es unecht ist. Und dann denken sie, dass sie immer noch einen drauf tun müssen. Aber es wird nicht besser, wenn man einen Humvee aus dem Flugzeug schmeißt, den dann unter Wasser landen lässt. Und dann ihm sagt, mach das Licht an. Und ja, jetzt lassen wir uns die Scheiben einschießen. Und bla. Ja, so konfus, wie es klingt, ist es. Und dann stehen sie vor einer geschlossenen Tür und kriegen die Tür nicht auf, weil sie zu ist. Hallo Linda, früher, du, hä, bad ass, ich kriege hier alles auf. Boah, na. Okay, und ganz am Ende sind sie halt alle irgendwie, ja, da, Linda und die andere Tante da fahren in den Sonnenuntergang. Und jetzt sage ich etwas sehr Böses. In letzter Zeit habe ich einige Filme gesehen, wo die entweder gemischte Rollenverteilung oder die rein männliche Rollenverteilung durch rein weibliche Rollenverteilungen ersetzt wurde. Oceans, hä, Ghostbusters und der. Hassler habe ich noch nicht gesehen, müsste auch erst kommen, schau mal, wie das läuft. Es liegt nicht an den Mädels. Aber warum gibt er denen so beschissene Drehbücher? Also bei Ghostbusters mochte ich auch die Mädels nicht, also deswegen. Melissa McCarthy ist furchterregend, aber auf die falsche Art und Weise. Bei Oceans, bla bla, hätte es funktionieren müssen, aber da war das Drehbuch so. Für einen Film, der eigentlich relativ logisch rangeht, war es auch völlig durch den Fleischwolf getrieben, aber lang nicht so schlimm. Also den kann man echt gut gucken, den Oceans, hä, hä, gegenüber jetzt den anderen zwei. Aber hier, ja gut, Arno spielt auch mit, aber das ist auch sein letzter Film, denke ich mal, der Terminator-Reihe, weil eigentlich macht er nichts. Eigentlich steht er da, hat einen grauen Bart, sieht witzig, also er kommt witzig, er kommt sympathisch rüber für den Terminator. Aber nee, also die guten letzten Arnie-Filme sind Last Man Standing, ist es, ja, Last Man Standing und den im englischen Original mit dem Anita Bigger Gun. Geil, absolut, ja, so, so muss Schwarzenegger. Hier sind wir durch. Ich will, ich will nicht mehr über den Film reden, ich könnte jetzt wahrscheinlich mich noch ewig lang darüber aufregen, wie man so viel Geld in so viel Murks versenken kann. Wir haben den Abspann nicht bis zu Ende durchgehalten, es ist einfach, es treibt dich irgendwann raus, es ist einfach der Level an Schwachsinn, schlechte Action, schlechtes Drehbuch. Und ganz am Anfang, habe ich glaube ich schon erwähnt, oder? Ja, doch, habe ich erwähnt. Die Einführung der Figuren war wahrscheinlich auch ein Problem. Im ersten, gut, da war man im ersten noch ein bisschen verwirrt, warum, was passiert der, warum rennt der denen hinterher? Ja, aber irgendwie, man fühlt sich doch, also ging mir damals so, oh, der rennt der Linda da hinterher, also der Sarah. Ist ja wurscht, ihr wisst ja, wenn ich meine. Das ist aber blöd für sie, ne? Und im zweiten, oh, die ist jetzt in der Anstalt und, wow, das ist aber krass, was da abgeht. Und jetzt in dem, äh, wer ist die, wer ist die, warum, und warum interessiert mich das? Und, ah, okay, und wer spengert die jetzt? Achso, gar keiner. Ja, mal was Neues, gell, weil Arnie hätte sich da ein bisschen hart getan. Oh, da wandert ein guter Wortwitz aus dem Bild. Gut, also Leute, das war's. Ich denke, Terminator ist damit terminiert. Sie werden wahrscheinlich ein Prequel und ein Reboot probieren. Unausweichlich. Nachdem stirb langsam 10 abgedreht wurde. Okay, man merkt, es ist spät. Und dafür, dass ich mich jetzt einfach so runtergelabert habe, ist es eigentlich ganz okay, oder? Für uncut und runtergelabert. Also, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, bis zum erfreulichen Film. Ich hoffe, irgendwas, Zombieland 2 oder so, hoffentlich wird der was. Bis zum nächsten Mal. Servus.